Oh Gott, Pia, weißt du noch letztes Jahr unsere Kollegin auf der Weihnachtsfeier? Oh Gott, ja. Die war so voller Klunker. Ich wusste nicht, ist das die Kollegin oder der Weihnachtsbaum? Und was tragt ihr an eurer Weihnachtsfeier? Ja, also ich habe bisher noch kein bestimmtes Outfit gewählt, aber ich denke schon mal ein bisschen was Schickeres, vielleicht ein Kleid oder so. Mal schauen, ja. Uh, wahrscheinlich eher ein schickes Hemd, ein Sakko, ja, eine enge Jeans, auf jeden Fall muss alles zusammenpassen, vielleicht eine Fliege, eine Krawatte dazu. Zu welcher Weihnachtsfeier? Zum Beispiel zu Hause. Nee. Also für gewöhnlich, ziehe ich eine Joggingwurse an, wenn es in meiner Familie ist. Nee. Was soll ich denn sagen? Nee, weiß ich nicht, ehrlich. Sie sagten Hemd. Also ich ziehe ein schönes Kleid an. Ich weiß noch nicht welches, ich habe eine große Auswahl, aber schwarz passt ja immer gut. Das ist eine gute Frage, ich glaube nichts Besonderes, wahrscheinlich Jeans, ein T-Shirt oder so was. Also nicht ein bisschen schicker oder? Habe ich nicht vor, nee. Und du weißt noch gar nichts, schick? Gar keine Ahnung. Nee, ich bin nicht so der schicke Typ. Eher ein bisschen lockerer, mal schauen. Und du? Ich habe was bei Zara gesehen. So ein Rock, so ein Lederrock und ein Oberteil. Ja, also ich ziehe eigentlich immer ein Kleid an, weil das muss schon ein bisschen schicker sein. Anzuziehen? Oh, das ist immer eine schwierige Frage. Eher was Lockeres, glaube ich. Eine Jeans, vielleicht ein Hemd, T-Shirt. Das war's. Mütze, keine. Keine Mütze? Nee, wenn man zur Oma geht, die hat das immer nicht so gerne. Bestimmte Farben oder so? Boah, ich mag Rot. Rot und Schwarz, momentan ist ja eh so dieses Oversized, Black, was weiß ich. Und von daher denke ich, schon eher unten eng, oben ein bisschen lässiger. Und du? Ja, ich verreise wahrscheinlich im Süden. Also ich denke mal irgendwas Kurzes, genau. Cool, auch ein bisschen Glitzer oder Glitzer ist nicht so meins. Nicht? Nee. Nee, meins auch nicht. Bei uns ist das nicht so, dass da ein Dresscode herrscht. Würde es jetzt auch von der Arbeit oder was weiß sonst wo, dann würde ich mich schon ein bisschen in Schale schmeißen. Was würdest du dann anziehen? Ich habe eben eine Hose gekauft, die würde ich wahrscheinlich anziehen. Wie sieht es denn genau aus? Welche Farbe? Mit Glitzer? Nee, ohne Glitzer. Ich bin nicht so eine Barbie. Also so ein schwarzes einfach. Ganz normal schwarzes kleines Kleid. Ja, normal einfach. Klassisch, sehr schön.